der ab dem ist die auch bei der erlauben es ist aber auch bei den zufrieden im wichtigsten er hat der nächsten folge ich habe etwas zu essen und der grubi steht schon da hat gecheatet ich hab nie gecheatet ich bin voll gesprungen ja alles egal hast schon schau mal wie viele mehr Dings ich hab Trice hehehe ich kann das Ding ja nicht mal aufmachen alles klar willkommen bei bestjump24.com ja was ist zu essen was ist denn schönes Brötzeln von welcher Marke denn selbst gemacht ist ja langweilig kein Product Placement doch Rosys Brezeln gibt es online zu kaufen ja mein Merkstopp musst du zuklappen wenn ich denn da hochkomme Schiff ja als geschafft mh 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 genau das ist mir auch passiert nein wie viele Daffs hast du weiß ich nicht äh 209 ja du hast mehr ja durch das gerade eben durch die Challenge what the fuck du warst doch schneller fertig danke nein durch die davor wo ich aufgegeben hab ach so stimmt ich rutsche einfach runter okay Leiter sind definitiv nicht meine Sache danke der erste Leiter geht immer noch um die zweite finde ich schon richtig behindert ich bin ich habe Zeit über die zweite leck mich am Arsch Leute habe ich zu früh geschifftet leck mich nein was soll ich denn das die Dauer springen da muss ich nicht mal dran ich weiß ich mache aber richtig hard damage boah leck mich am Arsch so ab ja das ist eine tolle challenge und da werden wir beide ewig hängen aber aufgeben darf man erst wenn einer es geschafft habe würde ich sagen ach du da kommen köpfe alles klar ich bin drüber gesprungen über die köpfe so jetzt muss ich erst mal hier logisch überlegen ich schaffe ich schaffe die köpfe halt einfach nicht ich bin da gerade drüber geflogen ich weiß nicht ob du köpfe schiften kannst nein kannst du eben nicht das ist eben mein problem ich habe keine ahnung wie ich das machen soll weil ich schaffe ich da und das habe ich auch schon probiert perfekt nicht gerne doch aber dass er mich einholen oder was boah ich rüber rutsch was soll ich denn das CHECKPOINT Alles klar und wie hast du die gemacht? ohne und ohne Sprinten einfach einzeln springen oder was? ja außer den letzten Boah. Junge! Das Seerose... Was? Weißt du, wie lustig das ist, wenn du über so eine Seerose drüberrutscht? Das ist mir gerade dreimal passiert. Boah. Aber die Map an sich ist eigentlich ziemlich geil. Ja, finde ich auch. Vor allem so viel Abwechslung so. Und irgendwie so Sachen, die man eigentlich nicht kennt, aber leider die einfach in die Luft hängen und auf die man sich aber drauf stellen kann, das finde ich mega nice, muss ich sagen. Oder wie? Äh. Boah. Meeeeeeeine Fresse. Ich bin gerade echt am überlegen, wie ich das hier schaffen soll. Ich krieg den vorletzten Sprung nicht geschissen. Hä, was? Was? Boah, da bist du rutscht man denn über Leitern eigentlich so scheiße drüber immer. Wie bist du auf den ersten Kopf drauf gekommen? Mit Einzusprung? Auch Einzusprung. Nein, ich habe doppelt gesprungen. Nein. Nein. Nice. Ich krieg das hier einfach nicht hin. Die Seerosen sind... Die sind einfach so easy bis zum vorletzten. Bis zum vorletzten kannst du halt wirklich in einmal durch. Die vorletzten nicht hin. Die ist... Die ist eine Seerose höher als die anderen und... Hä, was war denn des? Ich habe ohne was zu machen, bin ich einfach eiskalt über die Leite drüber gerutscht. Ich war schon an der Leite drankangeln und bin dann runtergerutscht. Nein, nein, nein. Ich bin gegen das Haus gesprungen. Alles klar. Jetzt bin ich in das Wasser zurück gegen die Wand und bin dann runtergerutscht. Ich würde mal interessieren, wie viele Levels hier gibt überhaupt? Äh, ich schätze mal für jede Farbe am Anfang ein. Das wären... 3,5,5. Das wären 12 Stück, oder? Ja. Oder 16. Ne, das waren 3, glaube ich. Wow. Wow. Dann haben wir jetzt die Hälfte, wenn es 12 Stück sind. Äh... Dann... 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 Wo jur sie haltenden das? Fantas! Hää äh... Der Sprung ist ja nun echt an der Schwert. Ich hab' mich beim 1st Try geschafft. Ist auch wieder der Sprung. Ich krieg's halt echt, echt net hin. Anscheinend krieg ich den dann wieder 1st Try hin, so. jetzt steh ich direkt über die wenn schon wieder drüber sprung mit doppelt sprung alle behindert kann ich eigentlich sein ja da rutsche ich wieder drüber immer über die verschissenden leiter drüber was sollten das ich finde unsere feiern zahl richtig gut ja schon irgendwann sind wir noch bei 999 50 wurde vor dir nur da drücke ich schiff dem sprung alles klar da lasse ich schiff los jetzt schon so weit ich meine ich schaff das hier in einem durchgängig bis zum vorletzten warum warum wort was sollten das hat die andere lokomotive du machst die lokomotive und jetzt abfahrt gut job jetzt wirst du da wo ich bin was kannst du in einem machen ist mir egal ich hab's geschafft ach du wieso baut sich das so langsam auf ach du scheiße ich hab's ich hab's alle es ist ein bisschen behindert kann man sagen jetzt können wir sie können es ist nur ein single flammes weil ich kein boden er ist ein multiplayer krieg aber kein boden alle er kommt wieder wenn ich ganz hinten bin ach du scheiße ach so der bewegt sich nicht mit dir sondern er kommt einfach so aber jetzt hier ein checkpoint oder nicht mehr ach du scheiße nein ich bin beim letzten sprung runtergefallen du hast doch nicht der letzte sprung aber egal so ich shifte jetzt nur noch ich bin gerade runtergelaufen weil es nicht selber ich bin ich 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 ja ja an Fenix halloi wohin muss ich denn jetzt? da hoch weiter entlang alle jetzt wirds lustig zu zweit über die Dinger da drüber das ist geil ach du scheiße na was scheiße wie soll ich das denn schaffen? kann sie sich nicht schneller bewegen? das ist am Anfang echt n bisschen ätzend lahm ALTER bist gem mute alles klar Wunderschöne Wassermelun Hallo Ja Soll Wie geht es jetzt hier weiter Okay, Checkpoint Oh lol Och nö Oh lol, ich bin in die falsche Richtung gelaufen Nein Eilige Scheiße Ich bin in die falsche Richtung gelaufen Junge Hm Das ist zum Glück überhaupt nicht kompliziert Ach du Scheiße Muss ich hier hoch Holy Shit Ist da ein Checkpoint? Aber ich muss ganz ehrlich sagen Das ist mega nice gemacht Ja, mein Junge Checkpoint Alles klar Hä? Wo ist das Ding hin? Das Ding ist weg Ach da ist es wieder Holy Shit Oh lol, übelst Glück gehabt Hä? Bist du da hinten bei diesem Checkpoint-Glas-Ding? Davor bin ich Okay Da kommt jetzt eine Leiter Jetzt möchte ich eine Leiter hoch Wo ist das Ding hin? Das ist ein Labyrinth Gott, hier kommt ein Labyrinth Wo ist das hier? Alter, aber ganz echt Das ist mega, mega, mega nice gemacht Alter Ganz ehrlich, ich musste zugeben So was habe ich noch nie in irgendeiner Adventure-App gesehen Es reicht nur Ach, Mann Ich habe gerade richtig hart verkackt Viel Spaß bei den Resten Vielleicht passt der Hääääh Wo bleibt das nächste? Häääh Woin muss ich denn? Höehwohin muss ich Ah, da runter Oh, lol Boah, ich hoffe du machst denselben Fehler wie ich Oh, lol, Labyrinth, Alter Das kann Labyrinth Das ist nur durchlaufen weil danach muss ich Tiere steilen und sofort da hier Oh, lol Na, wo ist das Teil? was ist das teile ich bin zu schnell gewesen also ich bin jetzt da unten in dem loch drinnen ja da bin ich gefällt da war ich so schnell und bin zum glück auf dem ding gelandet vorne ich bin reingesprungen jetzt durch dort kommen jetzt da springen oder was kommt das ding da ja das ding kommt noch mal alter des zahl das ist die freunde und die mega geil ist bittet die idee ja die frage wo bleibt das kackteil wie kommt man denn auf so was der war geiles also ist es ein schick von natürlich nicht ach du scheiße oh gott woppel gott oder was was ach so das geht darum ist klar das hier ein checkpoint ich will das ist ein checkpoint ist aber ich glaube es nicht gott gott alles klar das sind drei türen ich jetzt entscheiden oder was ja was ich musste die spinnen netze durch ja nein ich bin runter gefallen an der selben stelle ja wo bist du ich kann dich wieder nicht erkannt du doch ja jetzt das das war richtig hart einfach ich bin an den leitern schon gefällt die ginge noch Was muss ich denn hier machen? Du musst warten, bis das Ding kommt Ach leu Ich seh nix, Rosi Ich seh nix Auch nicht Ich kenn den Weg ja nicht mehr Echt schon Da hoch Was soll Jetzt musst du warten, bis das Ding da Zweig nach vorne ist oder so Ich muss da auf rechts oder links drauf Ja Nein Jetzt muss ich mich vor einer der Türen entscheiden, oder was? Ja Ach du Scheiße Dann musst du durch das Cockweb Das Spinnenwildending geht aber Ja, ich bin da nicht hingekommen Ach du Scheiße Was danach kommt Ach du Kacke Hey, da ist das Ende Geht das Ding mit bis zum Ende, oder? Das ist ich doch nicht, ich war noch nicht am Ende Geschafft Geschafft Nicht doch jetzt Ach du Scheiße Das Nächste Viel Spaß Das Nächste werde ich sowas von aufgeben Auf so eine Idee zu kommen Einfach mal Ach so, ich schau dir mal zu Da bist du Nice Junge Das wird richtig schlimm Das wird jetzt Spinnenweben ist übrigens richtig leicht Da musst du einfach nur durch Wow Durch Sprinten wollte er sagen Und dann verregt er Warum hat sie mich da jetzt gerade runterkauen? Ich setze mich jetzt wieder in deine Perspektive Bei dir ist ja spannend Wächst ja viel Schon Walter Wie lange das dauern muss Da diese Bahn zu setzen von der Wolle Ja, alles mit Dings Alles mit Comment-Flecken Sporn, Block, Vollping Wohl da und da Zu der Zeit und da und Alter Das ist Als echtes wäre mir zu viel Arbeit Ja Ach so Leute, du läufst ja Ich bin direkt immer an die Leiter gesprungen Oh mein Gott Bei mir leckt Oh, Alter Mega Glück Hast du es gesehen? Ja Ich sehe alles, was du siehst Ich bin in deinem Kopf Bist du in meinem Kopf? Ja Hab ich Rechtsweg drauf gemacht Und dann war ich da drin Und diesmal muss ich den doch wieder schaffen Ist doch nicht schwer Nice Nimm die mittlere Habe ich genommen Habe ich auch vorhin das erstmal genommen Und jetzt warten, bis das 1 drunter ist Und jetzt sofort mit Sprinten durch Nice Und jetzt einfach hier hoch Jetzt warten Er ist schon da Links drauf und dann hoch in die Mitte, oder? Ja Läuft es da komplett durch? Äh, weiß ich nicht Ich bin einfach den Rest gesprungen Nice Warte Wird es mich vielleicht mal tippen? Es geht wahrscheinlich nicht, weil ich in dir stehe Warte Äh Game Out 2 Geht das jetzt echt nicht? Ah doch jetzt Dich hat es tippen? Oh lol Alter Ja gut Leute Das war es mit der Folge Können auch sein, dass es zwei Folgen sind Aber glaube ich nicht Und bis Bis zur nächsten Folge Tschüss